Hallo, mein Name ist Mario Stange, ich bin Geschäftsführer der Brast Bau GmbH in Berlin. Wir suchen den Macher, also wir suchen dich. Wir suchen Anlagenmechaniker, Bauleiter, Bürokaufleute, Auszubildende in allen Bereichen des Handwerks, der Installationstechnik. Dadurch, dass man ja auch von Baustelle zu Baustelle immer, also dass immer dieselben Leute dabei sind, das schweißt auch enger zusammen. Also es ist dann wie eine kleine Familie und man erzählt sich auch im Privaten einiges. Man kann sich auf die Leute verlassen. Die Teamarbeit und die abwechslungsreiche Arbeit seitens Strangranierung immer vor neuen Aufgaben steht und versucht den bestmöglichen Abschluss der Baustelle zu absolvieren. Mein schönster Moment in der Firma Brast war, als ich gesehen habe, wie ein Durchlaufhalser gebaut wird und danach direkt ein Durchlaufhalser alleine gebaut habe und den Feedback bekommen habe und der positiv war. So, meine Aufgaben hier in der Firma sind jetzt Werkzeuge warten, pflegen, dafür sorgen, wenn die wieder reinkommen, die in die Reparatur gehen, sodass sie immer einsatzfähig sind für die einzelnen Baustellen und alles, was sie auf den Baustellen für Probleme haben an Werkzeugen oder manchmal auch Materialien, dann besorgt die und beschafft die und auch der Zusammenhalt vom Büro und Baustelle, dass das nicht so abgerissen ist, so abgehackt ist. Der Chef hat letztens sogar hier selber gegrillt. War eigentlich eine runde, schöne Sache. Also in der Firma bin ich seit 2017 ungefähr. Ich habe hier meine Lehre gemacht. Teilweise gibt es auch sehr gute Freundschaften, was die Arbeit natürlich sehr leicht macht und es macht viel Spaß mit den Kollegen in einer Kolonne zu arbeiten und man geht halt mit einem Grinsen zur Arbeit. Also an der Arbeit gefällt mir am besten das große Spektrum, das große Aufgabengebiet und auch das Gefühl zu haben, es entsteht irgendwas, man kann was erreichen. Einfach mich von Anfang an wohlgefühlt habe, dass man einfach diesen Wohlfühl-Effekt schon hatte. Ich bin bei Brast, weil es einfach passt. Ja, jetzt hast du uns etwas kennengelernt. Also, wenn du Lust und Laune hast, in unserem Team ein Mitglied zu sein, dann bewirb dich bei uns. Komm zur Brast!